Sie sind verhaftet wegen Mordes an Roland Legrand. Ihr habt den falschen Mann, ich war die ganze Nacht bei Ihnen. Kommen Sie jetzt mit. Er war bei mir! In diesem Film wird die Geschichte von Henry erzählt, der zu Unrecht des Mordes beschuldigt und zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt wird. Trotz den grauenhaften Umständen schmiedet Henry zusammen mit dem mitgefangenen Deger einen gewagten Fluchtplan. Doch selbst als dieser scheitert und Henry zwei Jahre in Einzelhaft verbringt, gibt er nicht auf. Der Film heißt Papillon und ist eine packende Geschichte, die auf wahren Ereignissen beruht. Schaut ihn euch unbedingt an und folgt mir gerne für mehr Filmvorschläge.